Eines haben I, Exportverpackung und Ersatzteil gemeinsam. Die individuelle Kennzeichnung. LREED hat immer das passende Markierungs- und Kennzeichnungssystem. Im Bereich der Produktkennzeichnung wird der Text berührungslos aufgetragen. Die innovativen Inkjet-Systeme von LREED im täglichen Einsatz. Auch bei schneller Verarbeitungszeit und hohen Stückzahlen garantiert. Ein präzises Schriftbild, exzellente Lesbarkeit sowie die zuverlässige, langlebige Haftung. Systeme von LREED ermöglichen Kennzeichnungslösungen für jede Anforderung und Branche. Wir als Komplettanbieter bieten von der Produktkennzeichnung bis zur Verpackungskennzeichnung alles aus einer Hand. LREED Kompaktdrucker. Schnell, einfach und in jeder Produktionslinie zu integrieren. Industrielle Markierungen und Kennzeichnungen. Gesetzlich vorgegeben und in ständiger Erweiterung. Die geforderte Nachverfolgbarkeit jedes Produkts wird somit gewährleistet. Langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt des Unternehmens. Wir schauen uns an, was braucht der Kunde, welche Stückzahlen muss er markieren oder kennzeichnen, was kennzeichnet er, auf welchen Oberflächen kennzeichnet er, um ihm einfach dann das richtige Gerät anzubieten. Im Bereich der Markierung und Exportkennzeichnung erfolgt die Signierung mittels Schablone. In der Exportverpackung werden Systeme von LREED weltweit eingesetzt. Die Eingabe und Verwaltung der Schablonentexte und Symbole erfolgt benutzerfreundlich am PC. Das elektronische Schablonenstandsystem wird direkt am Arbeitsplatzrechner angeschlossen oder in ein Netzwerk eingebunden. LREED, Weltmarktführer im Bereich der Schablonenkennzeichnung. Die Geräte sind qualitativ sehr gut, was sich auch in der Lebenserwartung niederschlägt. Wir haben Maschinen auf dem Markt stehen, also Schablonenstandsmaschinen, die 25 Jahre alt sind. Die elektronischen, mechanischen gibt es welche, die 40 Jahre auf dem Buckel haben. Überall und jederzeit. Mobile Systeme von LREED ermöglichen den flexiblen Einsatz im Lager oder an wechselnden Standorten für alle Oberflächen und Materialien. Bei Anruf kompetente Beratung. LREED Markierungssysteme, Tobias Leibfinger, guten Tag. Der Telefonsupport mit direktem Kontakt zu einem Techniker und auch mit den Online-Support-Tools werden Fehler und Konfigurationsprobleme schnell und dauerhaft gelöst. Um Reparaturzeiten abzukürzen, stehen Leihmaschinen zur Verfügung. Wartungsverträge und Originalteile sorgen dafür, dass die Maschinen zuverlässig wie am ersten Tag funktionieren. LREED Techniker sind durch das Dichtenetz an Außendienststellen jederzeit beim Kunden. Man muss im Bereich der Markierung eigentlich immer mit dem Kunden vor Ort sprechen. Es ist extrem wichtig, dass man versteht, welche Produkte er produziert, mit welchen Anlagen. Hier hilft uns unsere über 50-jährige Erfahrung natürlich sehr. Auch beim Messeauftritt kompetente Ansprechpartner. Der stetige Austausch mit den Kunden garantiert LREED die permanente Anpassung an die neueste Technik. Mit Links, Citronix und Ansar vertritt LREED die innovativsten Anbieter exklusiv und ist seit über 50 Jahren mit der Kennzeichnung von Produkten, Verpackungen und Versandmaterialien am Markt vertreten. Man muss mit dem Kunden vor Ort differenziert überlegen, was ist eigentlich die richtige Drucktechnik. Hier ist unser großer Vorteil, dass wir nicht auf einen Hersteller angewiesen sind, sondern verschiedene Hersteller mit verschiedenen Technologien in unserem Portfolio haben und dann gemeinsam mit unserem Kunden das Beste aussuchen können. Hohe Lösungskompetenz, serviceorientiertes Handeln, Fairness und Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber, LREED Markierungs- und Kennzeichnungssysteme. Mit uns setzen Sie Zeichen. Vielen Dank. Ich habe ein anderes Gericht zurück. Ich wünsche dir diese Auftrag Gottes, utet aus dem Transfer der 2. Wo bin ich damals schon nicht und ich hatte. Heute gab es gar nicht in einem �l время, der der OP��게요s, was denn ist überhaupt nicht zu sein?